Also die gehen immer zu Königinchen? Ja, also alleine können sie es nicht überleben, nur immer als Ganzes, als sogenannte Bienen. Da gehört auch das Wabenwerk dazu, also nur die Bienen allein werden es eigentlich auch nicht. Das dauert nicht lange Zeit. Und dann haben wir mir diesen Königinchen, ich bin auch umgebunden, als Bienenbart. Dabei bin ich auch gestochen worden, aber weil ich mich bewegt habe. Ich habe da eine drunter bekommen und da eine. Aber das war es. Bist du sie wohl hingehen? Ja, ich hatte Bienen überall, hier schon, so, so, so runter. Bist du jetzt der echte Bienenmann? Ich war jetzt nicht damit der Erste, es gibt sogar Wettkämpfe auch in Asien, wer denn nun den größten Bienenbart hat. Also ich habe es definitiv nicht erfunden, aber das ist ein gutes Foto. Also werbewirksames Foto, um zu zeigen, wie friedlich unsere Bienen eigentlich sind. Ist ein Wespen aggressiver? Definitiv, ja. Ja, vor allem können Wespen, die verlieren nicht viel. Die ziehen ihren Stachel wieder raus. Was ist so Hauptnahrung von Wespen dann in dem Fall? Wespen sind auch nützlich, die fressen Fliegen, Gelsen. Aber die sind so ziemlich allesfresser, oder? Ja, ja. Und die halten sich von Bienenstöcken fern, weil sie auf jeden Fall, ne? Natürlich. Sie sind so wendig, dass die Bienen sie auch schwierig stechen können. Also unsere Bienen sind ja wunderschön haarig. Aber sie wenden sich nicht...